Moin moin und willkommen zurück. So. Ja, ich würde gerne helfen, aber ich glaube hier ist gerade alles leer. Okay. Ja. Keins mehr da. Keins mehr da. So, hier ist ein Mentor, den fliege ich mal hinterher. Vielleicht hat der einen am Start. Na, solange ich das nicht bin. Ich glaube, das bist du. Du hast gesagt, wir sollen den Mentor anmachen und bauten ihm einen Chat schauen. Moment, Rennen muss man ja auch mitmachen. Dann mache ich jetzt mal das Rennen kurz mit. Warte, warte, du kannst den Ausmachen jetzt seinen Mentor verlieren in die Stadt. Ich frage mich, was hier für ein gutes Tier ist fürs Rennen. Ich nehme mal den Rochen. Wo ist er das Rennen? Na, beim Rennen hast du doch, glaube ich, schon eins. Ja, aber nicht hier. Achso. Also das war noch offen, der Erfolg. Frendling, wollt ihr beim Schweberochenrennen mitmachen? Ach, Schweberochenrennen, dann ist er gut. Oder das denn jetzt nicht gezählt? Doch. Hä? Ach, da. Wo ist denn die Startmarke? Hier, ne? Da bei den Planken. Das ist echt nicht einfach hier über die Planken. War mal das erste irgendwie nicht mitgenommen. Da lang. Wer baut eigentlich so? Oh, cool. Naja. Was auf dieser Karte ätzend ist, bei dem Rennen mit dem Rochen, dass diese Haie immer entgegenhüpft kommen. Ja. Und dich runterschmeißen, wenn du Pech hast. Ah, wo da hinterher wie gerade merke. Klar, das passiert ja auch dauernd. Haie, die aus dem Nichts Nichts Hochgesprungen kommen. Flughaie. Ganz großes Problem im Flugverkehr. Ja. Hört man immer wieder in der Tagesschau. Ja. Schon wieder Kollision mit einem Beluga. Ach, ist doch ein Riegel, oder? Beluga? Supp. Ich bin diese Strecke doch schon lang geflogen. Jetzt fühle ich mich wirklich verarscht. Das ist ja wirklich mal im Kreis. Au. Ich glaube an dich. Ich will es ja auch einfach nur schaffen für den Erfolg. Mich interessiert es ja nicht, ob es Gold ist, oder Silber, Bronze, Kupfer. Das ist ja leicht gesagt, wenn man so gut ist wie du. Ich nehme auch einfach Platin, da bin ich nicht so wählerisch. Genau. Diese blöden Haie springen selbst ins Dorf rein. Und die greifen, die kacken hier einfach nur auf den Weg. So, Ziel. Bäh. So, und was war das jetzt für ein Erfolg? Was habe ich bekommen? Feierlichkeit unterstützen. Ja, ist ein Event. Achso, dann soll ich was nachtanzen. Ernsthaft. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Kannst du mir noch mal zeigen? Wollte ich auch gerade sagen. Ne, das war falsch. Falscher Schritt. Okay. Brauch nicht. Nicht übel. Macht euch bereit, Freunde. Seht mir genau zu. Und eins. Und zwei. Eins, vier. Eins, vier. Und jetzt, ihr. Scheiße. So, Rennen endet in eins. Ich habe das Spiel. Sehr schön. Und euer nächster Tanz. Und macht's reich, Freunde. Seht mir genau zu. Und verzeihlich. Siegestanz. Okay, das ist wieder eins. Ich habe irgendwas abgeschlossen. Ihr auch? Nein. Das Rennen, oder? Das Rennen-Event, ja. Und drei. Und vier. Und jetzt, ihr. Alter, wie lang geht denn der Kram? Das würde, glaube ich, wird es gleich vorbei sein. Da habe ich keine Lust drauf. Aber ich bin ja Gott sei Dank schon durch. Na ja, Oli, mach den Start-Tänzer nach. Ja. Nur für die Views. Och, komm. Jetzt nochmal. Und eins. Ja. Komm, nochmal. Gott, einmal noch. Mach der echt immer eins, zwei, drei, vier und dann musst du nachtanzen? Ja. Und vier. Jetzt geht's mal runter. Mach mal mit, vielleicht hilft dir. Drei, eins, zwei, vier. Und jetzt ihr. Und jetzt ihr. Eins. Drei. Eins. Ne. Der schmeißt mich immer. Das ist vorbei. Hier wird kein Kopfbild. Hier wird kein Kopfbild. Nicht übel. Macht euch bereit, Freunde. Seht mir genau zu. Oh, noch eins. Und eins. Ach, man muss ja alle drei vollkriegen, ja? What the fuck, ey. 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 Wie sucht ihr euch komische Events. Ja, das kann ich doch, wir können es auch hier abbrechen. Das dauert mir auch zu lang. Ich dachte, es reicht, wenn da so ein Signal vorher vielleicht voll wird. Ja, aber jetzt, nee, nee. Da gibt es auch diesen komischen Witz, wo dick und doof müssen, machen Diebstahl und rennen zurück über 100 Zäune. Und nach dem 99. Sonst ist er, dann kein Bock mehr, will ich hier zurück. Oh, wir haben vier Kopfgelder. Na dann. E-Morg haben wir den Seelenwanderer. Hatten wir ihn nicht gerade schon? Ja. Wir spielen, Hanlappene. Den haben wir geschafft. Den haben wir schon. So, können wir das mehr. So, Kinders. Dann. Die Nana ist da. Hallo. Zurück zum Kopfgeld. Ja. Hallo. Oh. Ausgeschlafen. Ja. Ja, du wartest aufgestanden. Herzlich willkommen. Wir sind auf der sandgepeitschten Insel und machen Kopfgelder. Genau. Ich wähle schon mal einen aus. Und markiere es. Okay. Ist da oben. Welchen nimmst du? Wie der E-Morg? Äh, nee, Sternenrufer. Okay, dann. Weil wenn ich den auch nehme, dann sehe ich... Haben die Ältesten eine Entscheidung getroffen. Hat ich jetzt eine Marke gesetzt? Ja, hab ich. Sternrufer. Ja. Ja. Das ist doch die Legende, oder? Ich glaube. Raus aus meinem Kopf. Das hat mir keiner verraten. Ja. Was ist hier denn für ein Event? Ich hab mal den... Da ist ein... Das ist ein anderes, ne? Aber... Puh, einige Champions. Das schaffen wir so nicht. Und da hinten ist... Da ist er schon. Ja, ein Ufer. Da sind auch... Da sind schon Leute dabei. Der ist auch schon fast tot. Oh, ich komm. Ja, du musst ein Nitrile mal liegen lassen. Nee, das war ein Bäumchen. Okay, der ist wirklich fast tot. Ja. Der ist bei 15%. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Der Erfolg hier auf diesen Karten mit diesen drei oder vier Spezialgienern, den sollten wir alle haben, oder? Oder ineinander? Du meinst Rache. Was? Du meinst, sie ist Rache, oder? Diese Spezialgiener, ich guck gleich mal an. Die Dillen halten mich als sie werden. Nee, achso. Okay, dann ist ja egal. Dann brauchen wir nicht drüber nachdenken. Eins, zwei, eins. Ja, jetzt müssen wir noch Köpfe. So. Gott, lag ich hier häufig. Immer noch Köpfe. Ja, aber... Event ist ja schon gewonnen. So, wollen wir denn da drüben, das andere Event mitmachen? Ja, wenn ich mir erst... Was machst du denn da? Der Kopf hat ja immer noch Hunger. So, dann gehen wir ruhig zum anderen Event. Nee, deine Ochsen interessieren mich mal so gerade gar nicht. Also, wenn wir das Event... Äh, die Event-Kette, die ich noch nicht habe, denn das... Das ist einer von den beiden... Genau, das hängt dann nachher. Oh. Den Gin tatsächlich, den konnte ich jetzt schon kriegen. Aber ich muss mal holen. Den hast du schon, oder? Äh, ja, das ist, als ich online gekommen bin. Da war zufällig gerade der letzte Part. Ein Grüppchen hin. Da hatte ich einfach Glück. Sind wir denn auch schon, Sascha? Nee. Dann machen wir den. Ist alles ein Event. Ist ein gelber Kombi, dann kann ich ja... ...Monte ausmachen. Und denken, die Leute, ich habe Ahnung von dem. Beeindruckende Kombination. Ich bediene mich großer Weisheit. Ja, du... Man kann doch bestimmt hier als Titel auch... ...Berater auswählen. Dann passt das schon. Oh, das nervt, das hin und her gerubbelt, ey. Ja, jetzt einfach im Kreis mit rumdrehen lassen... ...und bin ich mit dem Kasten. Oh, die Kratzer, solange ich an meinem Leben rumexperimentiert hier ist, ist mir egal. Aber das ist schon nervig. Ist der da, ist der andere Elementar. Man sieht die ja gar nicht mal hier im Leben. Oh, ich komme meine Pfeilfelder überall an. Ich habe den mal... Habe ich den ins Tal genommen? Ja, das ist ja gut. Schön, dass man hier auch Leute wiederbeleben kann im... Ja, aber ja. Ja, das war der eingestreich. Alter, war auf Haus. Punkte gibt es ja gerade ordentlich, das Event gerade. Ja. Oh, das ist denn links oben, da ist noch andere. Und rechts unten. Links und rechts, ja. Ja. Der Kommi, wo ist der hingegangen? Links oben. Der gelbe ist... Warte. Der hatte ich doch gerade noch gesehen. Der ist in vorne. Ne, der ist unten, unten im Süden. Na gut, dann hängt wo hin. Links, rechts. Links hätte ich jetzt gesagt. Da, wo es schneller geht. Links, okay. Das sind doch diese, ähm... Wenn ich gleich jetzt die Karte rauskomme, haben wir die. Oha. Ich dachte schon, das sei der Gegner da oben. Aber das ist nur eine Statue. Oh, der Sturm ist ja von Ferne zu sehen. Oh, das ist ja wieder so ein Drehrum-Boom, wa? Ja, drei Stück. Einmal links, einmal rechts, Mitte haben wir. Und dann... Wenn wir das Maul finden. Ja. Okay, da ist... Oh, Mensch, Uri. Da weg, ja, da ist alles. Ein Elementar. Boah. Weg geht's nicht vom Uri. Komm, wir können wir da herholen. Ich hole mal ein. Und sich wahrscheinlich auf... Einen sich zu konzentrieren. Okay. Weg geht's nicht vom Uri. Oh, das hat weh getan. Der 10C versucht wegzuklopfen und dann baut sich jetzt wieder neu auf. Nein, nicht das Warzenschwang. So. Yeah. Bäm. Neck. Dann kommt jetzt, bis die Escort erwinnt, denke ich. Ja. Ja. Ich frage mich, wo er startet. An der Startweg. Genau. Ich bortel mich da mal hin. Das ist doch... Aber an der Stelle einen kleinen Cut und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.